Hallo und herzlich willkommen hier bei TechnikObst. Da haben wir gerade die Einladung zur WWDC 2011 hinter uns, sozusagen vor wenigen Minuten, vielleicht auch Stunden schon. Und da habe ich noch philosophiert, dass wir das iPhone 5 und ähnliches sehen werden oder sonstige Hardware. Da kommt einfach mal diese E-Mail hier, also nicht E-Mail, diese Nachricht. iPhone 5 launch early 2012, das würde bedeuten, dass das iPhone 5 nicht, wie ich vermutet habe, wie sonst auch jedes iPhone bisher, zur WWDC, sprich oder im Sommer Juni bis Juli kommt, sondern, dass es erst Anfang 2012 kommt. Und jetzt die große Frage, wie kommen die Leute darauf? Ja, das ist so, wenn ihr euch das durchlest, Link dazu auch in der Videobeschreibung, dass es Quellen gab, hier auch von The Loop, dass Apple keine Hardware zur WWDC vorstellen wird. Das bedeutet kein iPhone, kein iPad, kein Mac. Nichts Hardware-mäßig ist das ganze Event, so rein Software-mäßig und wie ist auch der Titel, wenn wir nochmal kurz zurückspringen, The Future of iOS and Mac OS. Mac OS steht nun mal für Operating System und heißt Betriebssystem. Und wenn man das wirklich, wörtlich nimmt, dann sagt Apple hier eindeutig, dass wir hier nur Software sehen werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das wirklich der Wahrheit entspräche dann im Endeffekt. Des Weiteren führen sie hier noch an, dass ja das Verizon iPhone erst vor einem Monat, knapp einem Monat zu kaufen, so veröffentlicht wurde, sprich das kann man erst seit einem knappen Monat kaufen. Dann das weiße iPhone 4 soll ja immer noch kommen, irgendwann jetzt im April. Und wenn man dann danach, zwei Monate später, schon ein neues iPhone 5 rausbringt, das wäre ja auch so ein bisschen, naja, ne? Zwei Monate danach gleich ein neues. Und Apple, wenn sie jetzt die Software richtig upgraden mit nur richtig, also das sind ja sowieso die Features, die ich mir meistens wünsche, sind ja reine Software-Features. Das heißt, dass Apple dadurch, durch den Launch des Verizon iPhones und des weißen iPhone 4s und dem Software-Upgrade dann zur WWDC doch um einiges Zeit hätte und das Ganze dann auf einen Anfang 2012, Entschuldigung für die SMS, Anfang 2012 verschieben könnte, was dann bedeuten würde, zu dem, wann auch das Verizon iPhone rauskam, so, was war das hier, Februar, ungefähr, das wäre dann, nämlich, dann möglicherweise der neue Zyklus für das iPhone. Das heißt, dass wir nicht mehr im Sommer immer ein neues iPhone bekommen, sondern im Februar. Möglich wäre es, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, hoffe es irgendwie eigentlich nicht, wobei, für mich ist es relativ egal, da ich, ja, einen Zwei-Jahres-Vertrag mit der Telekom und dann hätte ich mir eh erst das iPhone 6 geholt. Schauen wir mal, wie es kommen wird, aber es ist eine interessante News, iPhone 5 vielleicht doch erst Anfang 2012. Wobei man dazu vielleicht auch noch erwähnen könnte, wenn das iPhone erst Anfang 2012 kommt, was ist dann mit dem Gerücht zum iPad im Herbst? Wird das in irgendeiner Weise dadurch beeinflusst? Möglich wäre es schon, dass Apple auch das verschiebt, weil, was heißt verschiebt, da sein Zyklus behält, das ist ja auch so um die Zeit immer, das war ja jetzt hier im März, dann wären die ziemlich nah beieinander, oder Apple macht es deswegen im Herbst, damit diese ziemlich weit auseinander sind und daher vielleicht auch die Gerüchte. Möglich ist alles, Apple lässt uns da immer wie sonst auch im Dunkeln tappen. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr gebt euren Senf dazu in den Kommentaren und ich hoffe auch, dass das Soundproblem jetzt behoben ist, müsst ihr eigentlich, wenn ja, dann nicht und dann schreibt mir bitte. Das war's von diesem Video, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.